so dann können wir mal da legen wir jetzt endlich mal hier ein bisschen los und hoffen wir mal dass es gut läuft noch so ein bisschen geschwindigkeit mal reinbringen ein bisschen action ja hier oben bin ich auch super geschützt verlege gerade genau das suche ich doch hier ja komm wechseln fein meine hält natürlich auch wieder überhaupt wie fliegt er denn das scheiß ding fliegt auch wie das letzte also ich will ein helis der so fliegt super noch eine ja das war ein schlussensatz mit nix aber das wollte ich jetzt ausprobieren jetzt reicht sie aber jetzt wird hier gleich aber die sau rausgelassen sag ich euch also merken wir brauchen rocket launcher nene 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 yeah rocket rocket yeah rocket man da dam 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 da ich hasse es mit ähm mit panzerpfosten oder so solche dinger runterzuholen das hasse ich mit basht hat man doch ich gerade gemerkt wie gut ich auch dabei geschossen habe so noch niemanden zu sehen gut jetzt müssten sie ja eigentlich um die ecke gewetzt kommen was nobody no nur das nervige ding na der hat aber gesessen der hat gesessen ich kann es ich kann es ja hier kommt die würde ich gerne mitnehmen so nein da oben müssen wir nicht hoch ich habe keine ahnung wo wir hin müssen aber ich laufe hier einfach mal durch gehen wir davon aus wir müssen hier rüber wir sollen noch einen weg da rein suchen den haben wir doch hier auch kommen das sieht doch schon wieder so nach ich schießt mich gleich kreuz und ich bin drin okay so war es jetzt nicht geplant aber ich bin drin ja 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 mal wieder. Ja, dann geht's doch auch. Ähm, schießt ihr auf mich, oder? Was? Hä, hä, hä. Ja, mach sie geil! Die feuern einen auch nur aus der dritten Reihe, Ando. Meine Güte. Nein! Na, komm, meine kleinen Freunde. Oh, das ist jetzt aber süß. What? Ich werde grundsätzlich durch, alles sind durch erschossen. Aber der versteckt sich hinter so einer dünnen Blechhütte da und ich greffe ihn doch nicht. Wie viele Schüsse willst du noch überleben? Kannst du mir das doch verraten? Meine Güte. Ah, la, la, la. Kommt ihr auch mal? Na, sehr nett ist das aber. Dann scheiß seid ihr, meine Freundin. Dann scheiß seid ihr. Ihr lasst mich hier noch die ganze Zeit alles alleine machen und mehr oder weniger am Stich. Unnütz, naja, nicht ganz die unnützten äh Gehilfen, die es gibt, aber ziemlich nah dran. So, dann gehen wir mal runter. Ich weiß nämlich immer noch... What? Hier ist schon klar, mein Guter, dass du da nicht stehen solltest. So. Wuppala. Ups, die ist mir weggefallen. Lauft ihr, Kleinen. Lauft ruhig. So, mal gucken. Oh mein Gott, no. No, 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 no. Erstmal hier nochmal schön alles abgesucht. Also, dass ich... Also, es ist echt merkwürdig, dass ich wirklich absolut nichts finde, dass... Ja, Aufzüge. Die mag ich seit unserem Auftakt hier nicht mehr. Ja, ihr habt beide aus. Irgendwo 20, 30, 100, 70.000 Meter hinter mir. Ich muss vorlaufen. Ich habe mich freiwillig gemeldet und wurde versetzt. Wann wo? Netter Versuch, Irish. Gönn mir auch ein paar Geheimnisse. Du würdest mir auch nicht alles von Tombstone erzählen. Das stimmt. Chang ist unser Feind. Und wir sind auf derselben Seite. Aber wenn das alles vorbei ist, wir gewonnen haben, wovon ich ausgehe, wird China mich brauchen. Ja. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier... Mal kurz überlegen. So, in vier Minuten einen Speicherpunkt haben, denn dann werde ich erstmal pausieren. Natürlich genau in dem Moment, wo wir hier unten sind, stellen sie den Strom ab. Ja, immer ich. Schieß doch auch mal, du Lust. Muss ich ihm mal Befehle zum Schießen geben oder was? Saga 12. Ich glaube, die hatte ich noch nicht, ne? Nein, die hatten wir noch nicht. Ja, man sollt... Ihr euch immer genau dazwischen stellen müsst, wenn ich schieße, ne? Ihr seid so zwei Nervensägen. Nur zwei richtige Nervensägen seid ihr. Ja, ja, ja. Ihr gebt mir Deckung. Wahrscheinlich kommt jetzt und so niemand, bis ich fertig bin. Ja. Okay, weiter. Schießt ihr auch mal? Alles muss man hier selber machen. Alles muss man hier selber machen. Saga 12. Brauch ich nicht. Oh, hell. Hell. Ja, wer da vorwärts, der gute Herr. Immer ich. Immer ich. Immer ich. Ja, ja, ja. Ich komme ja schon. Ich bin mit meinem Meck vielleicht, dass ich so ein bisschen angefressen bin von diesen Gehilfen. Vor allem, dass ich da jedes Mal den Befehl zum... So, da. Ah, da. Tut er jetzt auch mal was? Wäre sehr nett. Na? Du bist weg. Du hast auch einen Treffer kassiert und kassiert. Ah. Schon treffen wir. Ich sollte auch mal auf mein Visier da hören. Mein Rangefinder. Hab dat. So, weiter geht's, weiter geht's. Uh, der leckt das wieder. Oh, la 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 la. Was ist das denn? Haben wir schon. Was hast du hier? Was hast du hier? Was hast du hier? Was hast du hier? Anscheinend, äh, die ich auch hab. So, dass das funktioniert hat, wundert mich. Da bin ich ja normalerweise immer ganz besonders gut. Was macht ihr da? Hä? Also, das finde ich auch so ein bisschen merkwürdig, dieses, wir beamen uns hier quer durch die Gegend. Und jetzt ist es mir egal. Ich hoffe nur, dass meine Aufnahmefestplatte nicht wirklich am Ende noch voll läuft. Aber jetzt wird hier auch durchgezogen. Jetzt reicht's. Diese Mission will ich noch zu Ende bringen. Ich denke, spring zu Ende. Oh, bring zu Ende. Ja, bring's zu Ende. Ich hab gedacht, da rüber springen und weg. Es wird Zeit, dass ich Pause mache. Es wird so Zeit. Wollen wir halt das Ding auf einmal in der Hand? Willst du mich verarschen? Will ich das jetzt gerade irgendwie verarschen? Ja. Gut, ich laufe einfach erstmal quer rüber. So. So. So geht's natürlich auch. Ja, klar sind wir zu nah. Ich wäre ja auch lieber noch weiter weggelaufen. Na, geht doch. Das wird noch knapp. Irish. Richtig. Oh, scheiße. Sich das hinzuschauen, ist schön und gut. Ich hätte versucht, auf dem Gerüst noch weiter nach hinten zu rennen. Oh mein Gott. Jedenfalls haben wir die Mission geschafft. Wir haben sie geschafft. Blob, 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 blob. So. Ja, genau so. Warum, warum warum habe ich auf einmal völlig andere Waffen, nachdem wir voll das hatten. Ey, irgendwas muss doch hier passieren. Irgendwas richtig Arschiges. Na, komm runter, du. Na, komm runter, du. Finde Major Greenland. Oh, müssen wir jetzt echt noch auf die Suche gehen? hat das gedauert. Hat das gedauert. So. So.